Hallo! Blau Im Moment lese ich ohne ein einziges Wort. Ein schöner Roman, kann ich sehr empfehlen. Mache ich mich wahrscheinlich unsympathisch, aber Bayern München. Gegen die USA. Eine sehr kämpferische Mannschaft und ist immer ein sehr gutes Niveau und macht immer Spaß gegen die. Ein männlicher Profifußballer. Einfach zu schauen, was die Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball sind. Bei Pink tatsächlich in Frankfurt. War sehr schön. Letzte Saison gegen Freiburg mein Freistoßtor. Raclette. Schön in der Weihnachtszeit. Freue ich mich. Mit meiner Familie. Eine Rennfahrerin. Tschüss, bis zum nächsten Heimspiel.